Musik Mein Name ist Peter Winter. Ich bin seit ca. 40 Jahren Katastrophenschutz. Ich bin beim Roten Kreuz aktiv. Die letzten 25 Jahre bin ich in Führungsposition und habe mir dann, weil wir auch hier in Rheinnähe wohnen und schon mal Hochwasser hatten, gedacht, ach ja, es wird so viel über Katastrophenschutz gesprochen, über Vorsorge. Bin ich mal hingegangen und habe mir selbst mal diese Campingküche oder die Kofferküche gebaut. Musik Bitte aufpassen, man kann sich da wirklich verbrennen. Man riecht auch, dass Spiritus verbrennt. Deswegen, ich sage immer, nur im Freien verwenden, nicht unbedingt in der Wohnung verwenden und wirklich aufpassen, gerade, dass man sich nicht verbrennt. Wir erzählen immer, wir müssen ein bisschen Vorsorge treffen, dass wir auch für den Notfall was Vorrate haben, dass wir nicht nur immer der Bevölkerung sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Ich habe mich selbst auch mal gemacht und denke, das ist ein guter Schritt. Das sollte eigentlich jeder machen. Es kann uns alle mal treffen, dass wir ohne Strom leben müssen. Die Auswirkung braucht gar nicht so stark zu sein, aber wenn kein Strom mehr da ist und keine Kasse im Supermarkt hat mehr auf, können wir auch nicht mehr einkaufen. Das war der Grund, warum ich jetzt selbst mal dafür gesorgt habe, dass wir einen guten Vorrat haben. Musik